Jetzt habt ihr es gehört, es wird auch noch aufgezeichnet. Guten Abend an alle, die dabei sind. Guten Abend zusammen. Wir begrüßen uns wieder gegenseitig. Ich bin noch etwas ruhiger, noch etwas angeschlagen. Aber meine Herren, also lasst uns loslegen. Interessante Dinge tun sich so bei uns woanders. Ja, schönen guten Abend erst mal, Leute. Schön, euch wieder zu sehen. Prima. Ja, lasst uns die Dinge auseinandernehmen. Wir haben schon mal ein bisschen geredet. Ich gebe einen kurzen Überblick über das, was wir heute reden wollen. Herzlichen Glückwunsch erst mal an alle Ungedruckmittelten. Ihr lebt ja noch, obwohl unser Gesundheitsminister vor einem Jahr ja sagte, nach dem Winter sind alle tot oder gedruckmittelt. Jo, wir leben noch. Gut, also herzlichen Glückwunsch, einjähriges zum einjährigen Geburtstag. Unser Überblick heute, wir gehen vom Inland ins Ausland. Wir beginnen mit der Tagesschau dann am besten mal. Die informiert uns ja auch immer. Und dann möchten wir das eigentlich so ein bisschen kontrastieren damit mit den Themen, die wir heute mitgebracht haben. Inland ins Ausland. Marc wollte über die Immobilien mal erzählen. Die Lage an den Immobilienmärkten. Wir werden weitermachen mit Inflation und ein paar Dingen, die sich hier eben abspielen. Dann kommt als Thema die Pipeline-Sprengung und die Avengers und die ukrainische Spezialeinheit. Danach müssen wir unbedingt über die Ukraine reden. Wieder einmal über Bachmut, die Lage dort, die Erklärungen, die verschiedenen, die herausgegeben werden von unseren Generälen oder von dem NATO-Generalsekretär. Wir gucken auch mal zum Scott Ritter rüber und müssen dann noch über Georgien, die Hintergründe da und China und diplomatische neue Aktivitäten da reden. Es wird spannend. So weit einmal. Das wäre unser... Dann würde ich das Wort dem Martin schon übergeben, der dann einleitet in unsere Sendung. Ja, alles klar. Ja, also so meine... Während ich jetzt versuche, denn... Okay, die Freigabe des Teilnehmerbildschirms musst du noch aktivieren, Frank. Ja. Also so meine letzte Verbindung zum Mainstream ist, dass ich mir hin und wieder mal den Spaß mache, in die Tagesschau-App reinzugucken. Und das habe ich auch heute mal wieder gemacht. Und bin einfach nur baff, was man da wieder sieht. So, also ich habe, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, ich habe einfach 18.45 Uhr, könnt ihr hier sehen, ich habe einfach Screenshots gemacht, was die Top-Meldungen in der Tagesschau-App sind. Also da haben wir die erste Meldung, homosexuelle Paare sollen den Segen erhalten durch die katholische Kirche. Dann haben wir der Innensenator Grotte spricht von einer Amok-Tat, da geht es um die Hamburger, um den Hamburger Anschlag. Aufruf zu Warnstreiks im Gesundheitswesen, Kita-Plätze ungefähr verteilt, schon mehr als eine Million Einsprüche. Also hier, bis hierhin haben wir nicht ein einziges internationales Thema. Und vor allem, wir haben nicht das alles beherrschende Thema Ukraine. Das kommt erst als sechstes Thema. Und da ganz wichtig, da ist ja sonst nichts los, also Kiew hat wieder Strom und Wasser. Das war also das, was die Tagesschau am wichtigsten hält, von der Ukraine zu berichten. Dann gehen wir weiter. Die UN wollen die Ölpest vor Jemen verhindern. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann kommt Xi, ist für die dritte Amtszeit bestätigt. Das wiederum ist ziemlich interessant, weil Xi halt, ich sage jetzt mal, in der anti-westlichen Organisation eine wichtige Rolle hat, sage ich mal. Dann kommt Biden, will die Steuer für Reiche erhöhen. Dann kommt die Todesstrafe bei Hochverrat in Belarus. Kommunen, Baden-Württemberg muss mehr Geld in Schulen investieren. Corona-Bußgelder können zurückgefordert werden. Das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant, von den Nicht-Bedruck-Mittelten. Und dann sind wir schon beim Wetter. Also das sind die wichtigen Sachen, die uns die Tagesschau bringt. Ich habe es nochmal ganz kurz zusammengefasst hier. Wir hören also nichts über Nord Stream. Vor zwei Tagen war ja ein beherrschendes Thema, dass die Ukraine ja jetzt im Verdacht ist, Nord Stream gesprengt zu haben. Die Ukraine ist, wie gesagt, das sechste Thema. Es geht nur um Strom und Wasser, also eigentlich keine internationale Relevanz. Wir hören überhaupt nichts über Bachmut. Wir hören nichts über die militärische Lage. Wenn man dann reingeht in die Meldung, also wenn man da auf Ukraine, Strom und Wasser klickt, dann kommt irgendwo um 17.37 Uhr, hat der Selensky dann mal bestritten, dass die Ukraine beteiligt war. Das ist allerdings erst im Untertext, also ist der Tagesschau noch nicht mal eine Schlagzeile wert. Und für mich eine interessante Frage, da habe ich das Fragezeichen vergessen. Was bedeutet das eigentlich für die USA? Oder was bedeutet das für uns? Weil wenn wir jetzt unserem großen Bruder glauben und die Ukraine hat unsere Pipeline gesprengt, hat unsere Energieversorgung eingeschränkt, warum unterstützen wir einen Staat, der unsere Energieversorgung einschränkt? Und wenn sie es nicht waren, wer war es dann? Und wenn es der war, von dem wir es alle glauben? Lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Fangen wir doch damit mal an. Zu dem Thema, das mit der Ukraine. Also die Ukraine theoretisch hätte ja ein berechtigtes Interesse. Warum? Weil durch Nord Stream 2, und das war auch schon so ausgemacht, ein Jahr vor oder beziehungsweise im Herbst 2021, wo gesagt worden ist, wenn die Ukraine eine Abschlagszahlung bekommt, oder Anfang 2021, nee, warte mal, 2021 war das. Die Ukraine würde eine Abschlagszahlung bekommen, da war auch die Frau Merkel noch dran, in Höhe von ein paar Milliarden, für die ihr zu in Zukunft entgehenden Zahlungen oder Transferzahlungen für die Gasdurchleitung. Das heißt, da hätte ich sehr ein Interesse. So, jetzt behauptet man aber, und bitte zuhören, eine Yacht wurde geschartert in Rügen, im polnischen Teil. Und mit dieser Yacht sind dann sechs Mann, nein, fünf Mann, eine Frau, ich glaube ein Doktor war dabei, hinausgefahren an die Stelle, wo diese Pipelines denn liegen. Und dann sind zwei Taucher, da gibt es eigentlich weltweit nur ganz wenige, die sowas können. Also wir reden hier tatsächlich davon, in circa 100 Meter Tiefe, da ist auch spezielle Ausrüstung erforderlich. Also das kaufst du jetzt nicht im Tauchshop nebenan, wo du mal sagst, ich hole mir mal eine Flasche, und was weiß ich, zwei Flaschen, du brauchst spezielle Gemische, du brauchst in der Ostsee auch gewisse, weil die ist ja kalt, also Anzug und so weiter und so fort. Und dann bringe ich dort zielsicher an drei, eigentlich sind es ja vier, Röhren, Sprengstoff an. Und dann schwimme ich wieder hoch, fahre irgendwie nach, glaube ich, da nach Dänemark in den Hafen. Wie immer wurde ein Pass gefunden, dass die Story noch irgendjemand glaubt. Und dann, ja, dann verschwinden die. Sicherlich wird man die zeitnah finden, die werden wahrscheinlich sich der Festnahme wieder setzen und dann auch erschossen werden oder irgendwas. Weil dann können sie nichts mehr sagen. Klappe zu, Affe tot. Pro-ukrainische Gruppierung, da oben haben wir einen. Wenn man hier den Präsidenten denn so anschaut, ist ja auch eine pro-ukrainische Vereinigung im Weißen Haus, könnte man sich, ja, genau. Ach ja, und den Sprengstoff, den kaufst du auch irgendwo ums Eck. Also wir reden hier von speziellen Materialien. Die kriegst du nicht irgendwo. Und du kaufst die auch nicht im Baumarkt und mischst die zu Hause zusammen. Also das heißt, wenn es so wäre, müsste dort Wissen zumindest von Geheimdiensten sein. Ich meine, gut, vielleicht war es auch James Bond. Man weiß es nicht. Oder das ukrainische Pendant. Vielleicht war es auch der Silensky persönlich. Ich kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Aber das ist einfach Fakt. Das erwähnen die nicht. Und das kommt aber jetzt raus, nachdem dann der Enthüllungsjournalist ganz klar Beweise vorgelegt hat, kommen dann solche Geschichten. Wer glaubt es? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wer das glaubt, mit dem brauchst du dann auch über gar nichts mehr reden. Marc, du bemühst dich sehr, das so arg zu untermauern. Ich habe mich die letzten Tage ein bisschen umgeschaut in den alternativen Kanälen. Ja, die sprühen eigentlich vor Spott. Weil eben die Unglaubwürdigkeit dieser Geschichte so offensichtlich ist, dass die jetzt auch mit den Avengers, deswegen diese Folie, mit den Disney Avengers werden die verglichen. Ja, ganz rechts. Leute mit super Fähigkeiten, die das dann gemacht haben. Wir haben ganz am Anfang, ersten Tage... Jetzt sind aber die Minions. Frank, ich nüsse da Leute. Die Minions habe ich nicht. Die ersten Tage nach der Sprengung haben wir gehört, es kommen sogar nur ganz wenige Staaten in Betracht, die die Fähigkeiten, Fertigkeiten, das Material und so weiter haben. Und jetzt will man uns sagen so, ja, fünf Schlaumeier hätten das getan. Du hast die Pässe angesprochen. Auch links dieser Witz dann, dieser Bildwitz, liegt mal wieder ein Pass da. Wer glaubt das noch? Da habe ich mir einen Spaß gemacht, eine Folie nochmal zusammenzustellen. Da schalte ich mal rüber zu. Typische Orte für verloren und wiedergefundene und noch gut lesbare Reisepässe. Meine Erinnerung nach begann das Jahr 2001. Als Drehcenter zu Staub gemacht wurde. Aber der Pass überlebte mit diesen ganzen Terroristen, die da mit Teppichmessern laboriert haben sollen. Dann hatten wir das 2015 bei Je Suis Charlie. Wir hatten es 2015 im November beim Start de France. Wir hatten es 2016 am Breitscheidplatz in Berlin. 2016 im Dezember dann in Nizza mit dem Lkw-Fahrer. Beim Breitscheidplatz hat er die Duldung unter dem Fahrersitz gehabt. Gut, und 2023 jetzt sogar in der Ostsee. Haben sich diesmal länger Zeit gelassen, ja. Immer wieder die gleiche Story. Also ich finde, das sagt ganz viel aus. Die Frage ist, ob der ganz berühmte Herr Gutjahr vielleicht auch noch irgendwo gerade in der Nähe auf der Ostsee war und das vielleicht noch kommentieren hat können. Ja, genau. Mal gucken. Und damit haben wir mal wieder eindrucksvoll bewiesen, dass in den ersten fünf Minuten unsere Sendungsplanung der Spontanität weischt. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen. Weil den Stein. Gut, aber der Witz ist ja eigentlich, was wir eigentlich auch zeigen wollten, Tagesschau, bist du informiert, ne. Irgendwie werde ich so das Gefühl nicht los, Martin. Man lebt da so auf einer Insel oder betreut eine Blase, ja. Wo die Leute meistens am besten weniger von außen mitbekommen sollen. Der Scott Ritter oder wer, hast du doch mal gesagt, hat doch die Deutschen aufgefordert, den ganzen Unsinn mal nicht mehr zu glauben und sich zu informieren, ne. Naja, damit wäre jetzt dann langsam der zweite prominente Amerikaner, der sowas sagt. Gut, prominent jetzt sicherlich etwas mehr als der Herr Prof. Aber die Frage ist einfach, ja, wie viele Leute glauben das? Das ist die Frage. Und das möchte ich gerne mal wissen. Wobei, mit solchen Leuten kannst du dich eigentlich gar nicht mehr unterhalten, weil, naja, gut, okay. Warum kreist du da so, Martin, mit dem Scott Ritter? Genau, weil das hier ein Ausschnitt aus dem Scott Ritter-Video von, ich glaube, von gestern oder heute ist, wo er also ganz klar gesagt hat, er war ja bei der Marine und er hat auch Geheimdienstbezüge oder hat sogar für einen Geheimdienst gearbeitet. Und er hat ganz klar gesagt, das ist ein Zitat vom Scott Ritter und es ist die Sondereinsatzgruppe der CIA gewesen. Also, er sagt das klipp und klar und er appelliert an uns Deutsche, dass wir aufhören sollen, uns verarschen zu lassen, weil diese Ukraine-Story mit das Absurdeste ist, was er je gehört hat, sinngemäß. So hat er das in dem Video gesagt. Das ist ein Zwölf-Minuten-Video auf dem Scott Ritter, seinem Kanal, kann man sich das anhören. Wir können es ja nachher verlinken. Wenn man sich das anguckt, warum ist das so? Ich habe um Scott Ritter auch schon Dinge sagen hören über uns Deutsche und die Politik, wo ich sage, da war ich nicht ganz einverstanden, so nach dem Motto, warum lasst ihr euch das von eurer Regierung gefallen? Also, was Fakt ist, und das wissen wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen, spätestens seit der Münchner Sicherheitskonferenz, gibt es mehrere Zehntausend, vermute mal Hunderttausend Leute, die hier zu Demonstrationen gegen Waffen auf die Straße gehen. Das ist schon mal sehr gut. Das Problem ist, oder andersrum, es kam ja auch schon in den vereinigten Staaten an, wo sich der Onkel Joe da oben sehr empört darüber geäußert hat, dass er jetzt von den aufmüpfigen Deutschen, in Anführungszeichen, also nicht von den Leuten da aus der Verwaltung, sondern von den Leuten, die sich dort unten aufführen, dass er davon nichts mehr hören mag. Und eigentlich mögen tut er die auch nicht. Die nächste Sache ist, was wir nicht wissen, was der Herr Scholz zum privaten Gespräch in Washington gemacht hat, vor drei Tagen. Der ist mal alleine, ohne Entourage, rübergeflogen, um mit Onkel Joe von Auge zu Auge zu sprechen. Ich vermute mal, dass gewisse Dinge hier in Zukunft, nicht allzufern in Zukunft, passieren werden. Das ist meine Vermutung. Und man sollte sich immer wieder in den Kopf bringen, welche Storys hat man gehört, bevor der Herr Scholz, so zwei, drei Monate vor der Bundestagswahl, welche Storys gab es denn da? Von wegen Untersuchungen im Bundesfinanzministerium, durch die Staatsanwaltschaft, die Warburg Bank und andere Dinge. Man kann hier mal selber Vermutungen anstellen, was hier mit wem zusammenhängt. Warum hast du auf der Folie jetzt, Martin, da diese Dame mit den Minions? Sind ja Minions, oder? Ja, genau. Also das liegt vor allem daran, weil ich natürlich nicht nur die Tagesschau mir anschaue, sondern auch die andere Meinung in Deutschland. Also das hier ist das ZDF. Und diese Dame hat uns noch mal erklärt, wer also die Täter waren. Ich hoffe, dass der Ton rüberkommt. Wir hören sie mal an. Also ich sage es noch mal, weil es sehr leise war. Es gibt zwei Reisepässe, aber zwei gefälschte Reisepässe. Die ukrainische Reisepässe. Sodass dann der kritische ZDF-Zuschauer natürlich fragt, von wo kamen die wirklich? Die gefälschten Ukrainer. Und dann landest du ganz schnell wo, ne? Genau. Können wir eines dazu sagen? Das ist echt gut, ey. Nur mal so als kleiner Seitenhieb. Sie spricht ja von Personen. Und wer sich hinter den Personen versteckt. Also wer versteckt sich hinter den Datensätzen? Wer immer noch nicht den Unterschied zwischen Mensch und Person hat, bitte das selber nachholen. Und dann gibt diese Aussage durchaus einen gewissen Sinn. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nur lügen. Du musst aber jetzt wirklich doppelt denken dann. Wer versteckt sich hinter den Personen? Leute, eines darf man diesen Vögeln durchaus unterstellen. Nicht alle sind doof und einige wissen sehr genau, was sie sagen. Ja, ja. Also mal vielleicht von der Außenministerin denn abgesehen, aber viele andere auch in den Medien, weil du stellst da keinen rein, der Scheiße erzählt. Also in den seltensten Fällen, der da bewusst nicht weiß, was er sagt. Das brauchen wir uns nicht einbilden, dass die dumm wie Brot sind. Die sitzen woanders. Das sagt ja keiner. Nein, man sollte das bloß immer im Hinterkopf haben. Wir kriegen immer so ein paar Späßle-Macher. Die kriegen wir nach vorne. Zum Drauftreschen. Ja, wobald die jetzt... Na ja, gut, lassen wir das. Gut. Ist das eigentlich Prinz Harry? Nein, der schaut nur so aus. Okay. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, also ich wollte auch noch mal ernst werden und eine technische Folie zeigen. Also hier auf der linken Seite sehen wir den hochgeheimen Taucheranzug, der höchstwahrscheinlich zum Einsatz gekommen ist. Dort an der Sprengstelle. Und Gott sei Dank haben wir nicht nur Pässe gefunden, sondern wir haben auch ein aktuelles Fantombild von den Terroristen, die Nord Stream 2 gesperrt haben, gesprengt haben. Ach ja, die Jacht haben sie gefunden, ne? Ja, ja, da auf dem Bild rechts ist sie ja. Da ist sie ja, Marc. Die mit dem Herzen auf dem Segel. Ja. In der schlecht überwachtesten Zone überhaupt auf diesem Planeten. Man könnte fast meinen, die Pippi Langstrumpf da auf dem komischen Schiff hätte als Zeichen sogar noch eine georgische Flagge in der Hand. Aber das will ich nicht behaupten. Ich hätte es für eine britische gehalten. Hä? Ich hätte es für eine britische gehalten. Aber der Seemannsanzug, das ist russisch Spessnas. Stimmt, stimmt. Ja. Alles gesagt. Und das Rote Kreuz, können die das dann, ja, dann sind es doch wieder Briten. Lassen wir das jetzt weiter. Ja, ja, ist ja nur ein bisschen Quatsch gerade, ja. Ah, niemals. Ja, und die Frage bleibt natürlich auch, viele Leute fragen sich immer, Mann, warum reitet ihr immer so auf der Ukraine rum? Ja, ist doch so weit weg im Grunde, ist noch nicht mal in der EU, geschweige denn in der NATO. Warum seid ihr so viel beim Ukraine-Krieg? Kurz Antwort darauf. Wir glauben, ich glaube, ich kann für uns alle drei reden, wir glauben, dass in der Ukraine das Schicksal dieses Systems hier entschieden wird. Das Schicksal der NATO, das Schicksal der EU und dass von dort eine Neuaufteilung der Welt ausgehen wird. Das ist jetzt das ganz große Bild. Ich denke, ihr seid da auch einer Meinung mit mir, oder? Absolut, ja. Also das vielleicht für die Leute dann als Hintergrund, warum interessiert ihr euch? Machen wir heute ja auch noch für Bachmut und so, Städte, die ich vorher nie gehört habe. Deshalb. Ja, deshalb. Okay. Ich würde trotzdem erst noch mal ins Inland gehen. Dann gehen wir. Ja. Tut mir leid. Da hätte ich noch mal gleich eine Folie. Jetzt habe ich es hier verdüdelt. Bin gleich soweit, Leute. Ich schlage noch mal in der Zwischenzeit den Artikel da auf. Schläge es noch mal ein bisschen. So, so rum geht es besser. Okay. Also ich würde gerne noch mal ein bisschen auf der Inflation rumhacken, kurz, weil das buddhistische Standesamt hat ja für den Februar im Vergleich zum Februar letzten Jahres die Inflationsrate wieder herausgegeben. Auch sehr viel verspätet, weil in der EU-weit wurden die Daten auch gesammelt. Und da hat man dann dummerweise die Daten nicht früh genug abgeben können. Aber lassen wir das mal nebenliegen. 8,7 Prozent werden uns also insgesamt genannt. Dabei seien knapp 20 Prozent für Energiepreise und etwas über 20 Prozent dann für Verbraucherpreise und Nahrungsmittel. Inwiefern das Ganze wahr ist oder mit der Eigenwahrnehmung korrespondiert, sieht jeder selbst im Supermarkt. Ich habe ein kleines Filmchen hier und das möchte ich euch gerne vorführen. Ja, dann hat einer einfach die Preise verglichen. Jetzt macht er aus den Zutaten also Brötche. Wow. So, ja. Also er hat einfach schön verglichen Brésot, wie es hochgeht. Mein Lieblingsding ist ja immer Kochkäse von 79 Cent auf 1,99 und so weiter. Und es ging jetzt sehr schnell. Es ging sehr schnell. Ich mache es nur mal man sieht es hier zum Beispiel Sandwich Toast. Also ich kann mich da erinnern das war bei 79 Cent jetzt sind wir bei 1,50. Hier Butter, dieser Aufschnitt von 89 Cent auf 1,49. Na, die Leute, wir haben es hier drin, die können sich es ja noch mal anschauen. Das sind bei mir keine 20 Prozent für Lebensmittel. Auch meine Gas- und Strompreise sind keine plus 20 Prozent an Inflation. Ich frage mich, was die für einen Schamanen im buddhistischen Standesamt haben, der die Prozentzahlen da sieht in der Glaskugel oder keine Ahnung. Vielleicht tun die auch den Warenkorb so lange zufällig würfeln, bis solche Prozentzahlen herauskommen können. Das wollte ich euch einfach noch mal zeigen. Vor allem, wie man von der Wärme in der Stube und dem Essen aus dem Tisch, die alle bei 20 Prozent und mehr liegen, wie man dann auf eine Inflationsrate von 8,7 Prozent kommt, das ist wirklich hochinteressant. Das geht tatsächlich dann über diesen Warenkorb, da ist auch auf der Folie viel weiter hinten. Ich könnte den, warte mal, ich habe eine alte Folie dazu. Man geht dann hin, da ist es schon, ich blende es gerade ein, und vergibt auf die verschiedenen Ausgabearten Prozente. Ja, da hast du dieses Ding. Das ist der Warenkorb. Und da ist dann halt viel, viel mehr mit drin. Deine Gesundheit, verschiedene Übergruppierungen, dann mit den Bildungswesen, mit Studiengebühren zum Beispiel, Privatschulen, Privatschulen, da hast du ja schon wieder erwachsene Bildung, wenn du einen Volkshochschulkurs machst, man muss ja alles erfassen. Ich habe mir heute den Spaß gemacht, diesen Warenkorb als PDF mal runterzuladen, dann hast du dann X DIN-A4-Seiten, die in ihrer Gewichtung dann gezeigt werden, für jedes einzelne Gut, bis du überhaupt nicht mehr durchblickst. Das ist wieder dieses Ding, mach Sachen so kompliziert, dass sie dann unnachvollziehbar sind. Also tatsächlich, man sieht es an diesem Kreis, sieht man es immer noch am ehesten. Da steckt also der Warenkorb drin, Martin. Also was natürlich wirklich beruhigt, dass die Teuerungsrate im Bildungswesen von nur 0,9%, dass die die Inflationsrate deutlich nach unten bringt. Also ich werde mir dann doch überlegen, ob ich nochmal studieren gehe, weil dann komme ich wenigstens auf meinen Schnitt. Wenn du dann siehst, was in unseren Schulen abgeht, das 9 Franks Freiheit mal machen, dann verlierst du den Glauben. Das wäre mal ein Thema für eine Sondersendung beziehungsweise wirklich, dass sich das jeder mal überlegt. Erwachsenenbildung, das ist tatsächlich ein Thema, darüber sollte jeder nachdenken, jetzt nicht aufgrund dieser Grafik oder dass man sagt, man rennt jetzt unbedingt in die nächste Volkshochschule, aber das ist die einzige sinnvolle Investition, die ich auf lange Sicht überhaupt sehe, die Skills in sich selbst zu treffen. Jetzt wollen wir es gar nicht austappen, aber jeder sollte darüber nachdenken, wohin er sein Geld investiert, vor allem wenn es knapper wird. Und wir haben ja da auch so ein paar Dinge gesehen bei dem Video, was du gezeigt hast vorhin, naja, Lebensmittel braucht man das jetzt auch nicht unbedingt nennen. Also wenn ich mir alleine diesen Toaster anschaue und das ganze andere Zeug, man weiß nicht, wie viel Schittim da jetzt verarbeitet wird, nur so kleiner Seitenhieb, vielleicht wird es dadurch billiger, aber man sollte sich das halt überlegen. Also was ich festgestellt habe, seitdem ich aufgrund einfach dieser ganzen letzten zwei Jahre esse ich wesentlich weniger Süßigkeiten und ich merke, der Einkauf wird dadurch wesentlich billiger. Wesentlich billiger. Und wenn man einmal den Scheiß direkt tatsächlich im Supermarkt lässt, kann man sich das auch weiter leisten. Das wenn man natürlich genauso einkauft wie früher oder wie es viele Menschen tun, alles rein bis zum Umschlag und da noch Kinder und da und jedes und sonst was, ja, dann wird es halt richtig teuer. Aber jetzt sagst du was echt Unpopuläres, ja, aber auch mit Hartz IV kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel rohes Obst, rohes Gemüse kaufst und es selbst zubereites schnippelst, du kannst immer noch relativ hochwertig leben und gut leben, ja, so, jetzt können alle auf mich eintreschen und der Punkt ist tatsächlich mit industrialisierten Lebensmitteln, die sind dann drei, vier, fünffach so teuer, ja. Ja, oder sie oder es ist weniger in der Packung drin, das ist, das ist die andere Geschichte, also letztendlich werden wir, also wo da alles gleich geblieben ist, kann man mal auf die Packung gucken, dass tatsächlich da zehn oder zwanzig Prozent weniger Inhalt drin ist, das ist aber tatsächlich Sache, die wir so erleben und ja, auch ein Thema für sich selber zu bewussten. dass die Leute natürlich dann vom Staat gegängelt werden alle und kontrolliert und müssen an irgendwelchen Kursen teilnehmen und und und, was dann wieder ich menschenunwürdig finde, ist ein anderes Thema. Nehmen wir diese Geldumverteilung nochmal, habe ich auch noch eine Folie zu. In der letzten Woche wurde ja schon Angst gemacht mit der Krankenversicherung, so bis 2000 Euro Selbstbeteiligung demnach oder in die Diskussion gebracht, man versucht es, man hat den Fuß in der Tür. Heute kam eine Meldung rein, Rentner müssen bis 150 Euro mehr zahlen bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die auf der anderen Seite dann ihre Leistungen weiter einschränkt und die Rentenkassen, die im Plus sind. Wir sehen hier, um das Ganze mal hochzuziehen, eine gigantische Geldumverteilung vom, sagen wir mal, Altvolk, die dies haben, die ihr Leben lang einbezahlt haben, angespart haben. Ja, herüberzu kann jeder selbst weiterdenken, zu denen, was ich denke, zu denen, die das Neuvolk werden soll. Ich glaube nicht, dass es gelingt. Dazu muss man aber auch eines mal ganz kurz sagen, also dieses Märchen, und es ist ein Märchen, dass irgendwo eine Kasse Geld erhält, ist Schwachsinn. Du hast keine Ansparung oder irgendwas, sondern du hast vielleicht Forderungen und es werden dauernd die Verträge angepasst. Das ist das, was wirklich passiert. Und wer noch glaubt, ich habe so und so viel in die Rentenversicherung oder in die Rentenkasse oder die Krankenkasse angezahlt, ja natürlich, du gibst Abgaben für die Person raus, das heißt, du als Träger oder als Halter der Person bist auch für die Versicherungen verantwortlich. Das ist wie bei einem Auto und das können die einfach beliebig ändern, weil es ist ja deren Geschichte. Und wer das nicht begreift, hat vieles nicht begriffen und es gibt Alternativen. Ich habe die Vorstellung, Marc, die ist aber so magisch, weißt du, dass man den Leuten so Bilder in den Kopf setzt von Sparschweinchen, wo immer was reinkommt und dann der Sprachgebrauch zahlst für deine Rente ein. Ja, das ist die Macht der Bilder und du hast das gesehen bei der Regierung Kohl. Bis dahin möchte ich mal behaupten, war es wirklich so. Es gab Rentenkassen, in die wurde wirklich auf Konto eingezahlt und dann ist die Regierung Kohl mit einem Schritt hingegangen, hat gesagt, wir machen jetzt einen Generationenvertrag, sie hatten ein anderes Wort dafür und dann wurde das Geld direkt freigegeben für die neuen Empfänger. Wack, das war ausgeplündert. Ja, die Frage ist, ob diese Gelder wirklich so jemals da gewesen sind oder nicht. Ja, ja. Das können wir, schauen wir mal. dann ist auch die Frage, was lief dann und dann sind wir in den 80ern, es sind auch interessante Geschichten und Umstellung von Finanzsystemen. Heute nicht nur unser Thema, werden wir uns irgendwann nochmal anschauen. wenn du dir aber das hier anschaust, dann ist das dasselbe mit Sparen und anderen Dingen und dann kommen wir auch noch auf das Thema der Immobiliengeschichte, machen wir dann gleich im Anschluss, nur dass man das begreift, es gibt nichts, sondern es sind hier alles fließende Dinge, ja, doppelte Buchführung, es muss immer null sein, wo kann ich was verteilen und so funktioniert dieses System. Es ist unheimlich spannend, sich damit auseinanderzusetzen und dann wird einfach vieles einfacher im Verständnis und das ist aber dann auch wieder so ein Thema der Selbstbildung und Weiterbildung, dass man sich mit diesen Themen mal ernsthaft auseinandersetzt und nicht, dass man jetzt sagt, oh, hier irgendwo Reichsbürger gewaffelt und sonst was, nein, das ist es gar nicht, sondern wirklich mal mit denen unterhalten oder beziehungsweise sich die Dinge mal anschauen, wie sie tatsächlich sind. Du bekommst Kontoauszüge, du bekommst irgendwelche Zahlen, die die wenigsten von uns verstehen. Wir wissen gar nicht, welches Spiel hier läuft und das gilt es einfach zu durchschauen. So, kurz Thema Immobilien, wenn es jetzt reinpasst. Wie schaut es bei euch aus oder habt ihr da noch? Ja, müssen gucken, in der Sentezeit, ja. Ich habe jetzt keine Folie, aber wir haben sicherlich, jetzt kommt immer öfter das Thema hoch. Ich habe es ja aus der, aus dem eigenen Geschäft, weil das ja durchaus wichtig ist, auch für den Verkauf oder die Wertermittlung und andere Dinge. Das sind auch zwei so Punkte. Habeck will Heizungsumstieg mit Milliardenprogramm fördern. Also erstmal möchte man verbieten, dass gewisse Heizungsformen in Öl und Gas weiter verbaut werden ab 2024. Warum jetzt die Eile? Könnte es sein, dass wir wieder Öl und Gas theoretisch ab 2024 in unbegrenzter Menge zur Verfügung hätten. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist dann das Thema mit Backenwut. Und die andere Geschichte ist, dass man also jetzt Gesetze, sprich Grundlagen schaffen möchte, damit man das unattraktiv macht. Mit Förderprogrammen und alles, merken, alles was gefördert wird, genauso wie Windenergie, kann von alleine nicht stehen. Das heißt, ich verteile von links nach rechts um irgendetwas, und da sind wir wieder bei dieser Maschinerie, der Staat fördert etwas, was alleine nicht lebensfähig ist. Das ist Sozialismus. Ganz klare Aussage, das ist Sozialismus. Die EU ist nichts anderes als ein sozialistisches Konstrukt. Das hat noch nie funktioniert, das wird nie funktionieren, und das hat bis jetzt immer nur Mord und Totschlag gebracht, beziehungsweise letztendlich dann auch Themen der Umverteilung von ganz wenigen, die viele haben, und ganz vielen, die nichts haben. Also das ist das, was wir jetzt sehen. Wer glaubt, das ist das, was mit der Umwelt zu tun hat. Ja, ja, klar. Der Staat fördert ja auch Zeitungen und die ganze Druckpresse für unabhängigen Journalismus. Ich denke mir ja immer, wenn es Brot ist, ich esse das Lied, ich singe, aber da bin ich wahrscheinlich viel zu kritisch. Also wir haben ja Staatszahlungen direkt von den Bundeshaushalten direkt zu den Pressen herein. Naja, du gibst halt Werbeanzeigen. Werden alleine gar nicht mehr überlebensfähig. Das ist genau das, was du sagst. Ja. Aber das ist dann auch diese Zwangsabgabe, so wie es das tun ist. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Also die GEZ oder beziehungsweise wie heißt es, der Beitrag, also die Propagandasteuer, die jeder von uns zu entrichten hat, fällt halt damit ein. Also für mich ist das einfach immer, die gehen nicht in den Knaststeuer. Ich muss aber kurz was zu trinken holen. Oder Gebühr. Aber weil ihr das so schön sagt mit Kommunismus und so, habe ich natürlich auch wieder eine schöne Folie. Ich versuche ja immer, irgendwie am Zahn der Zeit zu sein. Das neue Monopoly, das Kommunismus-Monopoly. Du hast, die ganzen Straßen sind jetzt dein Staatseigentum. Du gehst dauernd in den Knast. Und wenn du über loskommst, darfst du eine Essensmarke ziehen. Und dann gibt es immer Essensmarken oder Enteignungskarten. Das spielt ja auch in dein Immobilenthema dann rein, Mark. Was wir da auf dem Immobilienmarkt erleben, ist ja im Grunde eine stille Enteignung. Oder wie würdest du das sehen? Also eine beginnende stille Enteignung. Nennen wir es mal so. Dadurch, dass du gezwungen wirst, irgendetwas zu tun, kommen wir schon mal zu dem Punkt, was ist Eigentum? Fragezeichen. Von der Ansichtsweise. Weil wenn es dann Eigentum wäre, könntest du tun, was du willst. Und wenn du halt einfach, keine Ahnung, zu viel Öl und zu viel Gas verpulverst, und du tust nichts, dann zahlst du halt mehr. Also wenn du halt dein V12 fährst mit 20 Liter in der Stadt, ja, dann musst du auch dementsprechend den Spritz zahlen. Wenn dir aber dann irgendjemand vorschreibt, dass du jetzt hergehen musst und sagst, dein Haus vielleicht auch Denkmalschutz. Ich meine, das ist ja alles noch nicht hundertprozentig fest. Vor allem von der EU kommt das ja auch noch. Und klimaneutral und sonst was. Und immer wenn irgendjemand schreibt, klimaneutral, also sprich gleich null. Ausgeglichen. Dann sind das buchhalterische Dinge. Und ich sehe, ob tatsächlich jetzt ein Lastenausgleich kommt oder nicht. Aber diese Zahl mit den Heizungen, warum 24? Weil du dann gezwungen sein wirst, in Förderprogramme reinzugehen. Diese Förderprogramme wirst du nur bekommen, wenn du dementsprechende Grundschulden aufnimmst. Das heißt, du wirst einen Anreiz bekommen, dass du von denen Geld nehmen musst. Also umgekehrt. Du gibst denen Kredit in Form einer eingetragenen Hypothek auf dein sogenanntes Eigentum. So wird es vermutlich laufen. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du eben geprüft oder beziehungsweise kriegst Strafzahlungen oder sonst was. So wird es laufen. Das ist zumindest das, was ich sehe. Und ich weiß auch, dass die KfW jetzt schon, seit ein paar Monaten, glaube ich, oder noch länger, auch Leuten anbietet, in den sogenannten, in einen Fonds einzuzahlen, der dann später für die Umstellung auf den digitalen Euro dienen soll. Das heißt, das ganze Ding ist schon lange mehr oder weniger in der Tüte. Und na ja, vielleicht haben wir ja Glück, wenn tatsächlich der Russe kommt, weil dann ist das Thema weg. Also meiner Ansicht nach widerspricht sich bereits das Zahlen von Grundsteuern mit dem Begriff des Eigentums. Denn wenn etwas wirklich mir ist, dürfte darauf der Staat gar keine Steuern mehr erheben dürfen. Denn dann wäre es ja, was ich hier habe, kein Eigentum. Wenn ich Grundsteuern bezahle, dann wird es ja der Pacht viel ähnlicher. Dass ich einen Salär bezahle, um ein Grundstück nutzen zu dürfen. Im Grunde ist es dann da wieder. Und was du gesagt hast, Marc, was wir momentan erleben, ist, glaube ich, den Umbau des Immobilienmarktes von einem Hetzen von hoch zu hoch über Zwangssanierung, über das Herunterrechnen des Künstlischen von Immobilienwerken in eine Bess auf dem Immobilienmarkt. Dass man dann irgendwann den Leuten für billig Geld ihre Angebote macht, ihre maroden, im Sanierungsstau sich befindenden Häuser, abzukaufen von Staatsseite und dann landest du bei diesem Monopoly hier. Das ist jetzt übertrieben, aber in diese Richtung geht es. Du brauchst sie nicht abkaufen, sondern du brauchst nur Kredite drauf machen von staatseigenen Banken. Und das ist die KfBank. Also sprich, wenn du ein Förderdarlehen willst, deswegen wird das angeboten, dann musst du ja richtig Geld dir in die Hand nehmen. Also wir reden jetzt nicht von 5.000 Euro, sondern dann wird die energetische Sanierung gefordert von der ganzen Hütte. Das heißt Fenster, Fassade, Heizung, whatever. Und das ist aber dasselbe Prinzip wie die Grundsteuerzahlung, dass du jemanden immer wieder zwingst, im System zu bleiben und Geld für diese Anlage aufzunehmen und nicht aus dem System draußen zu sein. Also du hast doch keine Wahlmöglichkeit letztendlich, darum geht es. Und das ist das, was ich sehe, weil das sind einfach Gelder. Entweder kommt es dann, dass du sagst, angespartes Geld steckst du dann da rein und viele freuen sich dann wieder, ach, mein Häuslein, sonst was hin und her. Und diese ganze Geschichte ist ja beliebig veränderbar und skalierbar. Und es gibt gewisse Dinge, die sind technisch einfach nicht machbar. Und das ist zumindest das, was ich sehe. Aber ich glaube, ich werde, wenn da genug Interesse ist, ich werde da mal eine Umfrage reinstellen, werde ich da mal eine extra Thematik mit Immobilien und anderen Dingen, was die Aussichten angeht. Also ich kann es mir eben raten, kaufen würde ich jetzt in der nächsten Zeit, solange das hier nicht sicher ist, würde ich mir sehr überlegen, ob ich im Moment was kaufe. Verkaufen, wenn ich jemanden finde, wunderbar. Aber gut, das nur am Rande, machen wir zu einem anderen Zeitpunkt auch mal. Okay, wir wollen ja vorher einschreiben. Ja, ja, und wir wollen uns ja jetzt immer mehr disziplinieren. Komm, ein Inlandsding erlaube ich uns noch. Geht schnell. Hier. Die, ja, ich muss jetzt so reingeben, die Uni Köln überrascht. Die Uni Köln. Da geht es um Versorgungsbeschränkungen. Und zwar werden jetzt wegen ihren ausgeschöpften Kapazitäten unterrichtet, also das Uniklinikum Köln, darüber werden leider Leute mit Verdacht auf Post-Covid oder Post-Vac-Syndrom, also das ist im Grunde ein Impfschaden, der hier benannt wird, in unserer Ambulanz- Sprechstunde nicht mehr aufgenommen. Ja, die lehnen die ab. Ja, wir bemühen uns um eine Lösung, wir informieren mal regelmäßig weiter. Das bedeutet im Grunde, Druckmitteln lassen, da hast du deine Todesbratwurst bekommen, die Bratwurst des Todes, jetzt mal blöd gesagt, du musstest unbedingt in die Nadel, wenn du jetzt aber Nebenwirkungen davon hast und wir haben immer mehr Menschen und immer weniger werden anerkannt, die müssen darum kämpfen und werden dann noch in die Ecke gestellt als Schwurbler und so etwas, werden noch, okay, und dann werden sie jetzt nicht mal da behandelt. Ja, also ich finde es bedenklich. Wollte ich mal. Und es ist doch konsequent. Ja. Ja, nicht nur langsam, sondern stirbt draußen. Ist doch ganz einfach. Ja. Letztes Jahr wollten sie die nicht behandeln, die sich die Nadel nicht geben haben lassen. Jetzt behandeln sie die nicht, die sich die Nadel haben geben lassen. Das ist konsequent. Naja, du hast 73. Ich glaube, ich bin extra zu der Webseite gegangen, wirklich zur Uniklinik, weil ich es nicht glauben könnte. Doch, doch. So. Finde ich gut. Von mir war es das jetzt zum Inland. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Naja, haben wir doch jetzt erst einmal einiges abgedeckt, oder? Ja, Bissi, was ist es so viel? Du könntest im Grunde rund um die Uhr Sendung machen. Jetzt machen wir nicht. Näh. Geht auch gar nicht. Jo. Gut, wir haben Georgien, wollten wir doch machen, habt ihr gesagt. und dann vor allen Dingen Lage Bachmut und die Übergeordneten. Machen wir mit der übergeordneten Lage weiter? Martin. Die Übergeordneten, meinst du jetzt? Ja, ich hatte nur die Idee, so Stoltenberg und Kujat und sowas, da hattest du ja was. Ach so, ja, richtig, da haben wir noch eine Folie. Moment, ich schieße sie gerade rein. So, Stoltenberg und Kujat, genau. Hier haben wir noch mal einen schönen Antagonismus, den wir gegeneinander stellen. Bei der Chrissy Rieger waren vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, ein hochinteressantes Interview vom General Kujat, viele kennen ihn noch, der war der Generalinspektor der Bundeswehr, ich glaube zu Schröders Zeiten, ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ich ja eine Weile außer Landes war, der also ganz klar davon spricht, dass die Niederlage der Ukraine praktisch unvermeidlich ist. Also das hat er auf jeden Fall gesagt und man merkt es auch, was der Stoltenberg in letzter Zeit loslässt. Der Stoltenberg bereitet nämlich die Öffentlichkeit so langsam auf schlechte Nus vor, dass Bachmut wohl fallen wird, dass es nicht zu halten sein wird. Es wird natürlich die strategische Bedeutung runtergespielt, also mehr oder weniger, ja, das sieht man auch hier rechts auf dieser Karte, das ist eine neue Meldung vom Merkur, der das übrigens alles ganz anders sieht. Also Putins Armee marschiert im Ukraine, im Ukraine-Krieg Schritt für Schritt in die Niederlage. Das ist eine Meldung von heute, heute Nachmittag. Das ist also jetzt genau das Gegenteil, was der General Kujat und sogar der Stoltenberg sagt. Und hier haben sie den Vormarsch praktisch, hier sind ja hauptsächlich Wagner-Einheiten eingesetzt, den Vormarsch nochmal dargestellt, also die Vorstöße extrem langsam und aber jetzt, das ist fast ein halbes Jahr, genau, aber jetzt ist Bachmut fast komplett eingeschlossen. Es sind also tatsächlich hier, das ist die Hauptstraße, die noch rausführt in den Osten und hier ist noch eine weitere kleine Straße, die rausführt. Und um das nochmal zu illustrieren, habe ich euch auch nochmal einen kleinen Film mitgebracht. Also hier ist nochmal die Lage, die Wagner heute gepostet hat. Hier sieht man also tatsächlich, dass Bachmut von drei Seiten komplett eingeschlossen ist und wir haben auf in westliche Richtung, richtig, habe ich zwei so weite Vorsprünge, dass ich hier mit schweren Waffen, also mit Panzern sowieso oder auch mit Maschinengewehren, auf diese noch verbleibenden Straßen wirken kann. Man kommt hier also nicht mehr ohne weiteres raus und den Film, den ich euch hier mitgebracht habe, ist ein Film, der gedreht worden ist von ukrainischen Soldaten, die hier also irgendwo auf dem Feld sich durch so einen Schlammweg wälzen und einfach mal drauf achten, was da rechts und links am Weg stehen. Das ist übrigens ein T-64B, also ein ukrainischer. Ja. Und dann haben wir hier irgendwelche LKWs. LKWs. Können den Schützenpanzer sein, ja. Ja. Also man sieht hier, das ist das Gegenteil von einer befestigten Straße und die ist übersät mit abgeschossenen Fahrzeugen. Da steht nochmal ein Schützenpanzer mit einer Maschinenkanone. Das war ein BMP-1. Also was hier läuft, die fahren jetzt also praktisch parallel zu diesen beiden Vorsprüngen irgendwo in der Mitte der Front durch und was die Wagner-Truppe macht, sowohl vom Norden als auch vom Süden, ist mehr oder weniger Scheiben schießen. Mich erinnert das, wenn ich das sehe, verbessert mich immer an die Lage damals 1916 in Verdun, Frankreich-Feldzug. Die Franzosen hatten ihre Voix sacrée, ihre heilige Straße, über die der Nachschub in nordöstlicher Richtung an die Front, in den Kopf, Douaumont und so weiter gepumpt wurde. Warum spreche ich davon? Weil das ein Abnutzungskrieg war. Das war die Blutpumpe, wird es genannt. Die Verluste waren ungefähr gleich hoch auf beiden Seiten. Hier erscheint mir das zwar taktisch genauso, allerdings, genau wie du es jetzt gesagt hast, Scheiben schießen, so, dass das Verhältnis stark für die Russen spricht. Das bedeutet, die Initiative liegt bei den Russen, es ist eine Abnutzungsschlacht, wo immer wieder auch der Scott Ritter sagt, die Munitionsvorräte des Westens langen nicht. das Material, Mensch und Material wird direkt vor Ort gebracht zum Abschuss, also quasi wie serviert, wie serviert und mir scheint hier ein einziger Gewinner bei dieser Lage zu bestehen, das sind die Russen. Allein schon in der taktischen Ausrichtung und das unterscheidet es von der Dörn. Ansonsten erinnert es mich schon mal so ein bisschen dran. Wie seid ihr das? Was der Scott Ritter heute übrigens auch noch gesagt hat in dem Video, das ich schon vorher zitiert habe, dass in diesem Krieg, in diesem Abnutzungskrieg, und auch das ist ganz ähnlich zu Werder, dass die Artillerie eine unheimlich wichtige Rolle spielt. Und hier hat sogar der Stoltenberg zugegeben, dass die Ukraine im Moment in der Lage ist, und zwar an der gesamten Front, zwischen 5.000 und 6.000 Schuss Artillerie am Tag zu verschießen, während die Russen weit über 20.000 zu verwenden. Und im Westen weiß ich auch davon, dass sowohl nicht nachproduziert werden kann im ausreichenden Maße, als auch das, was vorhanden ist, immer weiter runtergefahren wird. Alter, der Scott McGregor, der hat sich jetzt geäußert, der war ja mal Berater vom US-Verteidigungsministerium, der sagte, wir haben die Russen unterschätzt, und jetzt sitzen wir da und starren auf die Katastrophen, die gerade stattfindet. Weiter, die Armee, die wir in der Ukraine bewaffnet haben, wurde zerstört. Das deckt sich ja sogar mit unserem NATO-Oberst Reisner, der gesagt hat, die wird schon zweimal zerstört. Sie verlieren jeden Tag Tausende von Menschen. Dies ist grob gesagt ein ganzes Bataillon. Wir haben Russlands Bedenken nicht ernst genommen. Wir dachten, es wäre eine Gelegenheit, Russland zu verletzen. Alles, was wir erreicht haben, ist die NATO geschwächt, unseren eigenen Ruf geschädigt. Und jetzt müssen wir zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben und uns einigen müssen. Wenn wir dies nicht tun, was wird die Russen davon abhalten, den Dnieper zu erobern, Kiew zu besetzen und die polnische Grenze zu erreichen. Nichts. Also sehr drastische Worte. Seht ihr das auch so? Ich meine, ich habe ja eine Folie, dass die Polen auch ihre Grenzen aufarbeiten. Ja, Marc, entschuldige. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema, wenn man jetzt das vergleicht mit ursprünglichen Schlachten oder wo auch immer die Frage ist, große russische Winteroffensive und sonst. Also, wir wissen, dass die Russen sich jetzt auch die letzten Monate durch einen Zug ihrer mindestens 300.000 Mann, wahrscheinlich sind es 400.000, personell so stark verstärkt haben und nicht, weil sie Verluste erlitten haben im Sommer, sondern weil einfach die halbjährige Vertragsdienstzeit bei den Soldaten, die empfänglich eingesetzt war, zu Ende gegangen ist. Deswegen waren auch diese Offensiverfolge in Anführungszeichen der Ukraine möglich. Das ist so gut wie zurückgefahren. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn wir das jetzt sehen, denen ist es auch klar, wobei es solche Sperren, die sind lachhaft. Das nächste ist, man hat durch die amerikanische Seite, auch durch Leute wie den Herrn Borrell, hat man jetzt auch die letzten Wochen die Staaten dazu aufgerufen, ihre letzten Munitionsreserven und sonst was freizugeben, weil sonst wäre der Krieg verloren. Also, was heißt das? Dass tatsächlich Leuten plötzlich bewusst wird, da ist nichts mehr irgendwo zwischendrin. Also noch ist was zwischendrin, das ist richtig. Und wir nähern uns aus meiner Sicht dem Szenario, dass irgendwann, wenn es zu Verhandlungen kommt, auf den Tisch kommt, NATO-Truppen raus aus Osteuropa. Und das können die Russen fordern. Und das hängt auch mit diesen Aussagen zusammen, egal was passiert, wir werden die Ukraine in die NATO holen, wir werden sie wieder aufrüsten und sonst was. Wer so dumm ist und glaubt, dass man das noch mal zulassen wird von russischer Seite, ja gut, okay, der glaubt doch, dass CO2-klimaschädliches Gas ist. Okay. Wenn man sich das jetzt anschaut, es steht tatsächlich nicht mehr viel dazwischen. Wir haben den Artikel oder das von der Bild-Zeitung gehabt, die Bundeswehr ist nicht verteilt in den Russen. Natürlich nicht, weil keine Munition da ist, weil das Material nicht da ist. Und wenn man sich anschaut, wie bei uns die Bürokratie ausschaut, bis zum Beispiel irgendwo mal eine, wie soll man sagen, eine Fabrik aufgemacht wird oder überhaupt tatsächlich die Produktion wieder hochgefahren wird. Das ist ja keine Situation, die jetzt vollkommen aus dem Himmel gegriffen war, sondern das hätte man wissen müssen, also zumindestens auf entscheidungsträchtiger Seite. Man hätte die Munitionsproduktion hochfahren können, schon zumindestens im Sommer, da war es absehbar. Die 6.000 Schuss können sie auch nicht mehr leisten, die Ukrainer, wenn es hochkommt, 4.000. Die Amerikaner haben nichts mehr zum Nachliefern, die haben sämtliche Depots auch in Israel geplündert, die man dort angelegt hat. Jetzt geht es tatsächlich ans Eingemachte. Also bis zum Sommer hieß es, müssen die Vereinigten Staaten zu einer Lösung kommen, weil dann die Frage ist, geht es jetzt um geopolitische Dinge oder geht es ums eigene Land? Das haben US-Generäle schon gesagt und Analysten. Das heißt, die werden aus meiner Sicht weitermachen oder sie entfernen jetzt Onkel Joe irgendwann. Also das sind noch drei Monate, wovon wir reden. Die nächste Geschichte ist, waffentechnisch ist auch noch ein Thema, der Iran, es gibt jetzt Gerüchte, Iran verstärkt also jetzt seine Verbindungen mit Russland, dorthin kommen Drohnen. Die Russen haben angekündigt, sie werden den Iranern Su-35-Kampfflugzeuge liefern. Das heißt, ich vermute, dass es dort auch irgendeinen Austausch gibt. Die Chinesen haben angekündigt vor einer Woche, sie werden keine Munition oder irgendwelche anderen Dinge liefern, aber sollten die Amerikaner, weil die haben ja gleich gerufen, Sanktionen, 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 wenn die Chinesen sich entschließen sollten, das zu tun, ich glaube nicht, dass die Russen es brauchen, dann ist tatsächlich die US-amerikanische Seite das Tor zur Hölle endgültig aufgestoßen, weil dort nichts mehr zu machen sein wird. Also, dass man diese Zusammenhänge versteht, warum dieser Abnutzungskrieg, wem nützt der? China, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen wichtigen Deal, und China hat einen Deal zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, bis heute kam diese Meldung raus, vermittelt. Das heißt, wenn da ein Frieden geschaffen wird zwischen diesen beiden Ländern, werden die Amerikaner über kurz oder lang auch komplett aus dem Mittleren Osten verschwinden, weil die dort keinen Haltepunkt mehr haben. Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt seitdem auch am Ende des Syrenkrieges gesehen werden. Die Türkei wird sich sicherlich auch relativ schnell in diese Richtung orientieren, und damit bleibt die Situation der Vereinigten Staaten in Syrien unhaltbar. Die werden dort nicht mehr lange bleiben. Also, das sind so die Prognosen, die kommen. Der Petrodollar wird auch über die nächsten Jahre verschwinden, und dann, denke ich, kommt auch meine Prognose irgendwann, dass die Amerikaner zumindest zum Großteil aus Europa verschwinden. Da sind wir auch bei unserem William Tone, der auch gesagt hat, dass dieses Szenario kommen wird. Und Russland hat ja gesagt, nee, China hat gesagt in der Meldung, dass man hofft, dass Europa die innerpolitische Autonomie erhalten wird. Nicht, es ist nichts von Souveränität gesprochen worden, sondern dass man hofft, dass in den nächsten Jahren Europa die Autonomie erhalten wird. Das heißt, ich sehe jetzt noch nicht, dass wir komplett frei werden, aber vielleicht haben wir dann wieder Autonomie in unserem eigenen Bereich. Aber schauen wir mal. Herr Gänze, ja, Martin? Wird interessant zu sehen, weil ja, was in den letzten Jahren natürlich verstärkt und in den letzten Jahrzehnten bereits läuft, oder was wir jetzt gerade sehen, ist ja eindeutig ein hybrider Angriff auf Europa, was die Digitalisierung angeht. Und wenn ich Europa sage, steht Deutschland als die kräftigste Wirtschaftsmacht. Europa ist natürlich immer ganz vorne dran. und die Industrie wird ja buchstäblich abgezogen, ist schon während der letzten 20 Jahre abgezogen worden Richtung China. Und mit den, mit diesen neuesten 370 Milliarden, die der Onkel Joe aufgelegt hat, ist er inzwischen in der Lage, solche renommierten Firmen wie Linde nach, in die USA zu locken. Also das sind so die, also Europa wird tatsächlich, oder ist über die vergangenen Jahre und jetzt vor allem, eigentlich von beiden Seiten angegriffen worden. Ja, da gab es auch nochmal interessante Aussagen von Gewerkschaftsvertretern von der IG Metall und der IG Bau, die haben gesagt, dass die energieintensiven Industrien in Deutschland verschwinden würden und haben als Beispiel die Technologies AG Schweizer gebracht, die Schweizer Konzern, meine ich, die, der auch das Gas entzogen worden ist und die jetzt nach Spanien gegangen sind. Interessanterweise gibt es dort nämlich so, der Ex-Vorstandsvorsitzende von denen überhaupt kein Problem mit Gas oder Energie. Also da ist tatsächlich, ja, Martin, Mark, Deutschland im Fokus, wo zerstört wird. Ich könnte mir denken, weil wir die die größten Einzahler sind, das hier jetzt über, klar, das war uns klar ab der Pipelinesprengung, dass man es über die Lebensart der Energie, billige Energie hier macht, wir als produzierendes Land. Apropos noch eins, vielleicht noch so eine kleine, kleine Story am, so neben dran. Wir haben doch immer wieder das Thema gehabt, Leoparden, Leoparden, Leoparden und andere Dinge. Die deutsche Panzerindustrie ist im Moment nicht in der Lage, also theoretisch könnte Krauss-Maffei, und wobei doch, Krauss-Maffei stellt den Leoparden her und Rheinmetall, die könnten schon. Was sie nicht können, ist, diese Fahrzeuge mit Triebwerken auszurüsten. Warum? Weil die Firma MTU, die für beide Panzertriebwerke oder die beide Panzertriebwerke herstellt, gehören seit ein paar Jahren zum Rolls-Royce-Konzern in England. Und ich habe einen Bericht gelesen, dass die MTU in Friedrichshafen sich an die britische Tochter oder beziehungsweise an die britische Muttergesellschaft wenden müssen, wenn sie einen Gabelstaplerfahrer einstellen wollen. Geschweige denn, wenn sie einen mehr Mitarbeiter einstellen wollten für Panzerproduktion, also für Motorenproduktion. Das heißt, man ist gar nicht in der Lage, aufgrund der Bürokratie und anderer Dinge und wirtschaftlicher Zwänge. Und das wird der Tod dieses ganzen Systems sein. Weil hier einfach, anders als in Russland, wo man sagt, oh, Staatsbetrieb, nein, die halten Firmen vor und wenn sie sie brauchen, holen sie. Und das sind strategische Interessen, die ein Staat hat. Das haben wir nicht. Frank, du weißt das selber aus der Verwaltung, hier wurde alles auf Privatisierung umgestellt. Es gibt hier keinen mehr, der für strategische Interessen sagt, okay, was weiß ich, wir lassen dieses Werk stehen und auch wenn es jetzt gerade einmal Verlust schreibt, wenn wir es brauchen, holen wir es raus. Gibt es hier nicht. Und deswegen, man hat sich hier tot gewirtschaftet, tot privatisiert und es ist nur der Profit im Auge. Bloß wenn der Tag kommt, bricht das alles zusammen und dann kann man diese ganzen Firmenkonstrukte zusammenkehren. Das heißt nicht, dass es die Firmen nicht mehr gibt, weil eine Firma wie MTU oder sonst was werden da bleiben. Deswegen glaube ich nicht, dass wenn das rechtzeitig kommt, der Zusammenbruch, dass dann vielleicht noch einiges erhalten bleiben wird. Wir wollten auf Georgien noch kommen, weil es taktisch auch wichtig ist, auf dem Schachbrett-Territorium. Da hatten wir jetzt eine Farbrevolution, Ausschlag gab ein Gesetz gegen ausländische Agenten, wo dann der westlich orientierte Teil der Bevölkerung auf die Straße gegangen ist und nun also sich entscheidet, wie sich dieses Land orientiert in Zukunft. Ja, jetzt gibt es da verschiedene Ansichten zu. Die einen sagen, naja, es ist von der USA eingefädelt. Die anderen sagen, da wird Georgien gerade abgestraft, weil sie sich geweigert haben, Kiew zu bewaffnen, dort Waffen hinzuliefern. Wie seid ihr es? Was wollt ihr dazu sagen? Und wir haben wieder eine Parlamentsstürmung dabei. Die pro-westlichen Demonstranten hätten probiert, das Parlament zu stürmen. Also die westlichen, wo doch im Westen gerade Parlamentsstürmungen so unpopulär sind. Ja, das stimmt, ja. Da ist ja jetzt auch der eine Indianer, der überall damals bei der Stürmung des Kapitols zu sehen war, ne? Da war doch so ein wilder, angemalter. Da sind jetzt Videoaufnahmen aufgetaucht, wie der so in Traut der Eintracht mit den Sicherheitskräften da so rumläuft in Innenaufnahmen. Es erhärtet natürlich dann auch die Spekulation, dass das damals auch, ja, kann jeder weiterdenken. Ja. Ja. Gut. Ja. Georgien, ne? Ich gehe mal in Folgen weiter. Bevor da irgendwas passiert, halt, na ja, irgendeine russische Luft landet. Ich habe mich gefragt, wem nutzen die Unruhen in Georgien? Natürlich. Das sind die nicht aufbegehrten Dinge, ne? Natürlich wäre es dann so, dass, wenn man es mal von der strategischen Karte aussieht, wo wir jetzt ausgerechnet sind, da unten im Süden, im Osten des Schwarzen Meeres liegt Georgien, da grenzt an Russland, wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn man jetzt nach Estland und Lettland und der Ukraine eine weitere, sagen wir mal, Front hätte oder in der Peripherie des russischen Staates einen weiteren Unruhefaktor. Wem nutzt es also? Ja, der NATO oder eben den US-Interessen, wenn dort jetzt Unruhen ausbrechen, oder? Wie seht ihr das? Absolut. Und es passt auch in eine Reihe mit den Unruhen, die wir in Kasachstan hatten. Ja. Längst vergessen, das war im Januar 2022, also noch bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat Putin Truppen nach Kasachstan geschickt, nach Astana damals, um dort ähnliche Bewegungen niederzuhalten, sage ich mal. War tatsächlich auch mein allererster Gedanke, Martin. Guck mal hier, wie Kasachstan, überall wird an der Peripherie gezündelt. Das Beste wäre natürlich, dass man dann Kräfte aufteilen müsste. Ja. Also ich bin ja dafür, bei politischen Meldungen Taten zu Rande zu ziehen, weil wir es eben mit einem, ja, globalen Schachspiel, perversen Schachspiel zu tun haben. Aber das sind die letzten Zuckungen eines Systems, was ich lange auf solche Dinge vorbereitet hat. Und es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt von zufälligen Ereignissen spricht. Ja, oder wo man sagt, es ist früher in Zeitlupe abgelaufen, wo du dort mal was hattest und dann hattest du dort was, sondern du hattest tatsächlich immer wieder dieses Thema. Und gut, Georgien ist ja im Moment von der russischen Föderation unabhängig. Das ist die eine Geschichte. Es hat schon mal den Krieg gegeben, 2008. Der war dann relativ schnell vorbei. Die Russen haben ihn gewonnen und da waren sie nicht auf der Höhe der Zeit. Und deswegen braucht man sich dort unten auch nicht einbilden, dass dort irgendwas entstehen könnte, theoretisch, wie so nach dem Motto, wir gehen jetzt im Schnellverfahren in die EU oder NATO oder sonstigen Blödsinn, sondern dann wird das Thema ganz schnell beendet. Und es braucht sich also keiner mehr einbilden. Die Samthandschuhe sind ausgezogen. Deswegen mag das sein, dass dort unten vielleicht jetzt ein bisschen tatsen, aber es wird an der Gesamtsituation jetzt nichts ändern. Und im Falle dessen, wie gesagt, dass dort irgendwas passieren sollte, was jetzt nicht im Interesse der russischen Föderation ist, dann geht das relativ schnell. Also das ist, da brauchen wir keine Brillen dafür oder irgendwas, sondern das ist so. Und das andere ist, man sollte nicht vergessen, unten drunter ist die Türkei. Die Türkei ist jetzt aus meiner Sicht, warten wir mal ab, bis im Mai die Wahlen sind mit Erdogan. Naja, und die sind ja auch schon dabei, ihr Bett zu machen. Und das heißt, für mich, über kurz oder lang, wenn die Türkei aus der NATO aus, also ob sie ausdruckt, oder ob man sich einfach anders orientiert, aber ich glaube einfach, dass die NATO in den nächsten drei bis vier Jahren spätestens dann zerfallen wird. Und dann sind die Karten sowieso neu gewischt. Ja. Also das wird kommen, deswegen, da mache ich mir jetzt keine Gedanken, die Zeiten, dass da jetzt irgendwas passieren könnte oder dass man dort sich zu fein wäre, sage ich, tatsächlich mit russischen Falschermirien reinzugehen. Ja gut, in Berlin werden sie ja nicht gebraucht, ne? Naja, wieso? Das kommt schon noch. Es ist ja auch noch Polen zwischendrin. Du meinst, Polen wäre noch offen? Nein, Polen ist noch nicht offen. Okay, Polen ist noch nicht offen. Okay, alles klar. In Anlehnung an den Spruch, den wir haben immer, weißt du, das ist ja Polen offen. Also Polen wird ja gerade zugemacht, du hast recht, wenn, dann ist es noch nicht offen. Kommt schon. Kommt schon. Warten wir es ab. Jo. Eine, eine. Ich weiß noch, haben wir noch irgendwas zu erzählen? Ich habe noch so ein bisschen eine Abschlussfolie, die ein bisschen lustig ist, ja, weil wir haben ja sehr viele Demonstrationen momentan in Deutschland, Friedensdemonstrationen, die aber weitgehend unbeachtet sind vom Mainstream, berichtet ja kaum einer drüber. Und ich könnte mir denken, dass die Stimmung der meisten Menschen, ja, ob jetzt geimpft, ungeimpft, Zeitungsleser, Fernsehgucker, sonst was, aber kaum einer. Keiner, keiner will Krieg, keiner will seine Söhne, Töchter da drinnen haben, keiner möchte, oder die wenigsten, Krieg mit Russland, keiner möchte Kriege unterstützen mit Waffenlieferungen, wie unsinnig, währenddessen wir hier Rentner haben, die dann mehr, mehr bezahlen sollen für Gesundheitslieferungen, will keiner, ja. Deswegen nochmal, hier eine kleine Folie dazu. Und mittlerweile sagt man zu den Friedensdemonstranten, Friedensschwurble, Friedensschwurble sind das jetzt. Und ich finde das sehr schön, wie man das da hier rechts in den Kontext stellt. Ein rechter Aufmarsch von Friedensschwurblern 1968 unkoloriert, ja. Daran sieht man, wie sich Zeiten enden, ja, und Ansichten enden dann. So könnte man das jetzt tatsächlich, im ZDF oder sowas, könnte ich mir vorstellen, hört man das wirklich so, ja. Und dann links, ja, bitte. 1968 waren ja diese Proteste auch mit einer der Auslöser für einige sehr umwälzende Dinge in der jungen Bundesrepublik. Auch die 80er, die Friedensdemos, Marc. Die Osternherrsche. Bis heute Rammstein, da hat keiner Rede drüber, ja. Also Mainstream, ja. Ja, natürlich, weil das Themen sind, die kannst du nicht ansprechen, ohne dass du dann irgendwo ganz schnell in Fragen kommst, was machen die da eigentlich? Ja, letzte Woche Menschen. Entschuldige. 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 Wobei, guck dir das mal, wenn du dir das Bild mal anguckst, da unten, du hast hier Leute, also bei dem 68er-Bild, du hast hier Leute, die alle zu einer Zeit auf die Welt gekommen sind, wo die Kriegsnachwirkungen noch sichtbar waren. Genau. Weil ich denke mal, so der Großteil wird um die 20 sein, das heißt 48 geboren, vielleicht auch welche schon 45 und einige sicherlich auch noch im Krieg. Also das heißt, das sind heute die so um die 80, 70, 80 sind. Ja. Die haben noch, die haben das noch mitbekommen, auch wenn man dann heißt, Amis raus aus Indochina, so ein Schild würdest du heute wahrscheinlich gar nicht mehr lesen. Ja. Also Amis raus aus der Ukraine. Ja, die sind doch gar nicht da. Nein, stimmt nicht. Natürlich sind die da. Und das sind halt alle so Dinge, das sollten wir uns bitte irgendwo ins Gedächtnis zurückrufen. Man sollte sich tatsächlich überlegen, wenn diese, oder wenn es da solche großen Demonstrationen gegeben hat. Gut, auch die Frage, wer hat diese ganzen Schilder und sonst was zur Verfügung gestellt, auch die hat mal irgendjemand produziert. Das ist auch eine Thematik. Aber es war zumindest eine weltweite Bewegung da, die dagegen protestiert hat. Und das hat in den Vereinigten Staaten letztendlich dann im Umkehrschluss auch zu Themen geführt, wie Rassenunruhen, wie einem Zusammenbruch letztendlich auch der Unterstützung für Vietnam. Und eine ganz interessante Zahl. in den 1968 werden die wenigsten, fast keiner sich erinnern, wie das mit dem Vietnamkrieg war. Im Höhepunkt des Vietnamkrieges, 66, 67, haben die Vereinigten Staaten eine halbe Million Mann vor Ort gehabt. 1968 gab es die sogenannte Tet-Offensive des Nordens im Vietnam. Der führte nicht zu einem Überrennen des Südens, aber er hat zu einer Situation geführt, die für die Vereinigten Staaten nicht mehr zu gewinnen war. Und am Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, also habe ich mal die Zahl gehört, dass der Wille diesen Krieg oder den Krieg der Vereinigten Staaten zu unterstützen, dann zusammengebrochen ist, als 50 tote GIs vor Woche nach Hause sind. 50. Da ist es zusammengebrochen. Ja. Und wir reden damals daraus gelernt, Marc. Weißt du, man hat damals gelernt. Man hat schon daraus gelernt. Aber was ich sage, ganz kurz fragen, in Russland hofft man immer, dass jetzt eine Offensive kommen würde und dann würde Russland zusammenbrechen. Ein scheißeles Deckel. Wir haben im Moment Verlustzahlen, offizielle, die die BBC nachgeforscht hat jetzt im März, von ungefähr 16.000 gefallenen russischen Soldaten, inklusive Wagner, inklusive Milizen. Wir haben Verlustzahlen circa von 150.000 gefallenen ukrainischen Soldaten. Ein Verhältnis von 1 zu 10. Das spiegelt auch tatsächlich den massiven Einsatz dieser Artillerie wieder. Und das sind, wenn man sich jetzt mal hochrechnen, ungefähr 1.500 Soldaten, 1.200 bis 1.500 Soldaten, die gefallen nach Russland zurückkomme. Also auf die Woche runtergebrochen zwischen 200 und 300. Die Vereinigten Staaten sind bei einer Zahl von ungefähr 50 bis 100 ist der Wille zusammengebrochen. In Russland siehst du gar nichts, sondern die gehen den Weg, weil die wissen, es geht um ihre Existenz und dass das kein Zuckerschlecken ist, ist denen bekannt. Und das ist das, was dem ganzen Westen nicht eingeht. Man sollte sich überlegen, was hier los wäre, wenn du jetzt hättest plötzlich was weiß ich, 20, 30 Bundeswehrsoldaten, die dann tot in Särgen nach Hause kommen, weil sie an der Ostfront drauf gehen. Ich glaube nicht, dass das so lange hier dauern wird. Meinst du? Ich habe laut gelacht, als ich zum ersten Mal in Leipzig ein Schild sah, von 8 bis 20 Uhr in der Fußgängerzone Maskenpflicht. Da dachte ich mir, das kriegen die nie durch. Also dieses Vertrauen hart. Zu deiner Offensive, NTV redet ja gerade jetzt schon wieder von einer ukrainischen Frühjahrsoffensive. Das nur mal nebenbei. Aber das hat der Martin auch mit dem Münchner Merkur eben schön illustriert. Immer bis zur letzten Sekunde. Zu dem linken Bild möchte ich ganz gern noch mal was sagen. Das ist ja sehr deutlich. Und wenn man mal abseits des GEZ und der öffentlich-rechtlichen Medien irgendwo guckt, in den sozialen Plattformen sonst wo, wird man solche deutlichen Forderungen überall sehen. Das heißt abseits von der GEZ finanzierten Medien werde ich langsam den Eindruck oder habe ich den Eindruck, dass die längst nicht mehr die Meinung der Mehrheit der Menschen abbilden. Längst nicht mehr. Sie haben aber Reichweite, Geld und Einfluss den haben sie. Erstens und dieses Bild mag als Beispiel dafür dienen, dass sehr sehr viele Leute hier im Land und ich würde sagen die Mehrheit spätestens beim Thema Krieg eine ganz andere Meinung haben als das, womit sie jeden Tag zugedröhnt werden. Man sollte Friedensverhandlungen fordern, diplomatische Lösungen fordern. Krieg ist und bleibt ein Verbrechen und ich finde es unaushaltbar, dass diese unsere Regierung das unterstützt. Ja, bin ich voll dabei. Fertig. Gerade wenn ich mir dieses 68er-Bild angucke, einige von denen, die dort am Demonstrieren sind, sind die, die heute am lautesten nach Waffenlieferungen schreien. Ja, genau. Ganz genau. Die sollten selbst mal an die Front oder ihre Kinder dort an die Front liefern. Aber Leute, das meine ich damit. Die, die jetzt schreien und schaut euch die Vögel an, die da drüben in dem Karton abgebildet sind. Das sind nicht die, die auf dem Plakat sind, sondern das sind die, die von diesen Leuten dann erzogen worden sind. Das heißt, das hier sind die Eltern von den Affen da drüben. Das muss man einfach mal ganz klipp und klar sagen. Schaut euch die Leute an. Ein Lindner ist irgendwelche Anfang 40. Die Bärbockende auch irgendwas. Das heißt, das ist jetzt meine Generation. Ich bin 45 und das heißt, Ende der 70er, da war noch mal Babyboom, Anfang der 80er. Das heißt, da sind die Kinder mitgeschleift worden, zum Teil. Aber sonst sind die in Zeiten aufgewachsen, also bewusst, ob sie jemals bewusst geworden sind, ist was anderes. Aber die in der Zeit bewusst geworden sind, wo diese Gefahr niemals da war. Die haben sowas nicht erlebt. Und die sind durch amerikanische Schulen gegangen, die sowas auch nie erlebt haben. Ja klar, Frankfurter Schule etc. Ich finde aber interessant, was ist da passiert? Das ist interessant, was du da sagst, gesellschaftlich. Weil die Linken von damals, die ja eben auch gegen Krieg etc. waren, was ist auf dem Weg passiert, dass sie die Kinder so großgezogen haben, dass die jetzt wieder so vor den Karren gespannt werden können? Dass es eine eigene Sendung wird. Ja, das sollten wir unbedingt mal machen. Wirklich, dass man sich damit auch mal drüber unterhält. Weil das waren ja auch Leute, die geschrien haben, entweder nein, ich gehe nicht zur Bundeswehr, ich verweigere. Das ist das eine. Oder die in die glückliche Position, obwohl so lange ist es noch nicht, aber die in der Position waren, wo sie es raussuchen konnten. Das heißt, die haben keinerlei Haftungspunkte, mit dem Militär gehabt, außer dass sie vielleicht mal irgendwann in der Nähe von der Kasani oder sonst was gewohnt haben oder vielleicht mal ein paar Grüne auf dem Bahnhof stehen haben sehen. Und das aus Beißig kommt genau raus, wenn du Kindern nicht erklärst, was Panzer sind, was Panzer anrichten können. Das ist der Punkt. Mir kommt es manchmal so vor, als wären die die Linken von damals irgendwie stehen geblieben. Sie betrachten sich als reaktiv, reaktionär und gucken immer in die Vergangenheit und sehen nicht, dass sie heute vor den Karren gespannt werden. Begreifen das überhaupt kein Stück. So sehe ich das ein bisschen. Weil sie es noch niemals begriffen haben. Weil sie an der Mentalität der nicht vorhandenen Eigenverantwortung aufgewachsen sind. Jeder hat ihnen immer irgendwo alles abgenommen. Und das ist tatsächlich auch dieses Krankheitsbild dieser Gesellschaft. Jeder ist für irgendein anderer ist für irgendetwas verantwortlich und übernimmt es. Das ist dasselbe mit der Krankenversicherung. Ach, dann kann ich aber nicht mehr zum Doktor gehen. Ja, verflucht, warum rennst du denn auch hin? Was erzählt er dir denn, wenn man mal drüber nachdenkt? Natürlich, wenn du einen Armbruch hast, wirst du zum Chirurgen gehen dürfen. Aber wenn du vielleicht irgendwo in der Selbstverantwortung oder versuchst, in die Selbstverantwortung zu kommen, und da gibt es so viele Dinge, die man wieder lernen kann, dann sind wir auch wieder bei der Erwachsenenbildung. Da müssen wir hinkommen. Guckt euch mal die Jugend an. Die haben das alles nicht mehr. Macht dir Gedanken, warum Heilpraktiker verboten werden sollen. Ja. Gestern war ich beim Türken, ja, Piete gegessen. Ich hole ja auch Wasser jetzt immer an der Quelle, brauche ich dir nicht zu sagen, wer sowieso seit Jahren schon an die Quelle geht. Nämlich, mein besagter Türke. Ich habe eh den Eindruck, dass da sind ganz viele Türken, Osteuropäer, die sind noch nicht so zivilisationsverblödet wie wir. Die haben diese Prozesse, die die Schreibsmark nicht mitgemacht. Auch das, was ich in Zypern so gesehen habe, deswegen finde ich das der höchste Interessante, wenn man sich diesen Wirtschaftsräumen auch zuwendet. Dort sind die Leute, entweder sie sind einfach noch verbunden mit der Erde und mit anderen Dingen und natürlich sind die auch an Geschäften und anderen Dingen interessiert, aber die sind nett und freundlich und hauen sich eben nicht die Köpfe ein. Das heißt, hier werden auch Bilder erzeugt, die einfach nicht richtig sind und das müssen wir uns auch mal abgewöhnen. Rausgehen wieder, selber Sachen anschauen und wieder schauen, dass ich in die eigene Verantwortung komme, auch meiner, wie soll man sagen, so der Bilder, die man im Kopf hat, dass man die mal los wird. Deswegen kam stattdrauf, wegen der eigenen Verantwortung und der Türke Marc, der hatte erzählt, der ist irgendwie von Delighter gefallen, hatte Wirbel, vierte, fünfte, gestaucht, war im Krankenhaus, sollte operiert werden, sagte auch, wurde massiv unter Druck gesetzt, direkt von den Ärzten und darf ich mal zwei Minuten telefonieren, ist auf dem Flur, hat mit seiner Mutter telefoniert, die hat gesagt, lass es sein, wir haben da unsere Dorfschamanen, die erzählt dir schon, was du machen musst. Er sagt ganz einfache Sachen, aushängen, er ist dann aus dem Krankenhaus raus, aushängen, nicht mehr setzen, bestimmte Verhaltensregeln hat er bekommen und ist dann ohne OP und die haben das noch drauf, diese Selbstverantwortung oder auch parallele Strukturen, die glauben noch an so Schamanen und sowas oder die Dorfheile und sowas. Verstehst du, da sind die Strukturen noch nicht kaputt. Ja und hier wachsen sie langsam wieder, also das ist das eine, weil die gibt es ja auch schon, aber sie werden so verteufelt und das ist einfach der Punkt, den zu erkennen gilt. Aber gut. Wir sind über die Zeit, gell? Genau, bevor wir jetzt zu sehr ins Schwafeln kommen, fünf Minuten drüber, 80 Minuten, ich denke, das ist okay. Ja, wenn ihr nichts sagt, Leute, dann machen wir Schluss. Aber wir haben interessante Dinge gemacht, wo wir vielleicht besondere Sendungen machen sollten. Ja, sehr schön. Ich bin sehr zufrieden mit der Sendung, lief toll. Ich finde, sehr schön, sehr schön. Ja, gut, dann tschüss. Ich hoffe, dass wir auch der soziale Teilnehmer zufrieden waren. Ja, hoffe ich auch. Dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Freitagabend. Macht was draus, geht ein wenig fort oder keine Ahnung, bei dem Scheißwetter vielleicht jetzt nicht. Aber auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Ich beende jetzt den Videochat und die Aufnahme. Jawohl, wir machen zu. Tschüss zusammen. Schlaft gut. Einmal aufzeichen. Ja, Vielen Dank.